Also wir können ihn mal probieren mit 5 Feind zu töten. 1 2 3 4 Und jetzt mit der Hand, komm, mit der Hand. Das schaffen wir mit der Hand. Wir haben ihn mit der Hand getötet. Alles klar, Mann. Nein, machst du nicht fair? Ich geb ihn sogar extra noch einen Brusthahnisch. Nein. Nö, machst du nicht. Oh Gott. Ja, das war eigentlich klar. Wieso mach ich das überhaupt? Wir haben gerade nicht... Ach komm, bitte fair. Bitte fair. Bitte mach doch fair. Sei doch so nett. Sei bitte so nett. Sei doch so nett, Mann. Ja, gut. Jo, Leute. Herzlich willkommen zum neuen Video. Hier auf dem Kanal. Und ja, ihr könnt es schon wieder sehen. Die Facecam macht das Bild irgendwie total dunkel. Das muss ich irgendwie noch fixen, weil ich finde, das ist irgendwie ganz komisch. Es ist richtig hell hier, aber trotzdem sieht es so aus, als ob es dunkel wäre. Ja, das ist leider nicht so. Also, was heißt leider? Es ist einfach nicht so. Und ja, das wollte ich einfach nur ganz kurz sagen. Und ja, wir probieren es einfach mal hier ein paar Runden QSG zu gewinnen. Ich weiß nicht, QSG und Hive macht mir gerade am meisten Spaß. Ich weiß nicht, Hive spiele ich zur Zeit eigentlich nur SG und auf Kümmer eigentlich nur QSG und Bad Wars. Und, oh mein Gott, da habe ich gerade... Oh mein Gott! Was war denn jetzt gerade los? Da haben wir gerade irgendwie richtig gefällt. Und viele haben früher auch geschrieben, warum schaue ich denn eigentlich nach unten, wenn meine Facecam da ist. Das liegt einfach daran, dass die Facecam schon im Monitor drin ist. Und hier unten ist mein Bild. Und deswegen muss ich halt runtergucken, weil mein Bild halt unten ist. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich hoffe, wir werden ein paar Runden gewinnen und das Ganze läuft nicht an wie das Rage-Video. Weil das war einfach nur verdammt scheiße. Weil einfach gar nichts geklappt hat. Und der ist da zum Glück nicht hin. Das passt doch. Helm hatten wir auch hier drin. Den nehmen wir einfach gleich mal mit. Und hoffen, dass wir einfach schon mal ein paar killen können. Und geil, der hat nur eine Brustplatte. Das ist nice. Und den konnten wir schon ein paar gute Hits geben. Also, Ping ist da. Bogen hat der auch. Passt. Hinter mir kommt keiner. Ich habe gerade gedacht, da schießt irgendeiner mit dem Bogen. So, komm her. Nice. Okay. Jetzt haben wir natürlich richtig gute Sequips. Sieht doch schon mal richtig fresh aus. Vielleicht war er da ja noch nicht. Nee, passt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Gegnersuche. Wir haben jetzt eigentlich alles. Also, Rüstung brauchen wir gar nichts mehr. Wenn schon noch ein besseres Schwert. Das wäre eigentlich das Einzige, was ich noch brauchen könnte. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Gegnersuche. Man sollte eigentlich gar kein so großes Problem sein. Es leben noch sechs Spieler. Da hinten sehe ich schon den nächsten. Okay, wir haben ein ganz gutes Equip. Der eine hat nur ein Gold. Oh, der wurde getötet. Der hat aber einen schönen Stein-Ding. Und wenn ihr öfters Facecam haben wollt, oder jedes Video, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben oder ein Like da lassen. Dann kommt jedes Video, verspreche ich euch, Facecam. Und ja, wir haben jetzt schon mal ein richtig gutes Equip. Passt auf jeden Fall. Und da kommt der Nächste. Okay, der wollte mich jetzt natürlich abstauben. Aber ich glaube, wir haben ihm bessere Hits gegeben. Oh, das war auf jeden Fall knapp. Ich würde sagen, wir gehen mal aus der Ecke raus. Das war eine gute Entscheidung. Weil da kommt schon der Nächste. Der schießt auch gleich mit dem Bogen. Das hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Das heißt, wir können jetzt noch Regen essen. Konnten wir auch gerade. Ähm, sieht das schon mal ordentlich aus. Ich bin gerade überlegen, ob ich auf ihn draufgehe. Komm, wir machen das einfach mal. Oh mein Gott. Oh, er hat eine Eisenschwärze, ich gerade. Passt auf jeden Fall. TNT. Ah, schade. Manche laufen einfach auch noch so dämlich rein. Dann sind die eigentlich gleich down. Ähm, dann gehen wir einfach mal weg. Vielleicht finden wir ja noch den anderen Spieler. Oder sind wir die letzten? Ah, wir sind die letzten. Okay. Ähm, dann entscheidet sich das jetzt zwischen uns beiden. Wir haben natürlich nur ein... Oh fuck, ich wollte eigentlich gerade die Angel. Oh, er ist voll rein. Schön auf jeden Fall. Also, wir haben beide gerade kassiert. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, wie viel Herzen er hat. Damage Indicator wäre jetzt nice. Aber ist ja leider verboten auf dem Gommiserver. Wir müssen jetzt ein bisschen boss... Okay. Also, dass es jetzt so schnell zu Ende ist, das wusste ich natürlich auch nicht. Ähm, sorry. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch nicht so bosswamen. Ich wollte ihn eigentlich später mit dem Schwert down bekommen. Aber ich hätte gedacht, er hat ein bisschen mehr Herzen. Ja, jetzt spielen wir auf Mirage. In CSGO ist die meiste Hack der Map. Also, er wird eigentlich nur gehackt, wenn man Mirage spielt. Ähm, wir haben hier schon mal ein paar gute Kisten. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Ein Schwert. Ein Schwert ist eigentlich am Anfang am wichtigsten. Aber das haben wir leider noch nicht. Er hat leider schon eins. Das ist natürlich nicht so nice. Ähm, Stiefel. Passt. Brauchen wir nicht. Junge, verpisst dich doch. Das sind genug andere Leute. Hier. Stellt euch vor, wir hätten jetzt das Schwert von dem bekommen. Das wäre ja richtig fresh gewesen. Warte, mit 5 Feinden. Können wir den mit 5 Feinden töten? Also, wir können ihn mal probieren, mit 5 Feinden zu töten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und jetzt mit der Hand. Komm, mit der Hand. Das schaffen wir mit der Hand. Ohohohohoho. Wir haben ihn mit der Hand getötet. Alles klar, Mann. Ja, nice, würde ich sagen. Ähm, 5 Feile. Können auch einem das Leben retten. Wenn man dann noch mit der Hand ein bisschen drausschlägt. Leicht auf jeden Fall. Und, ähm, ja. Wir gucken einfach mal, ob wir noch ein bisschen besseres Secret bekommen. Besseres Schwert, besseren Harnisch. Dann wäre ich zufrieden. Weil sonst haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Feile könnte ich auch noch gebrauchen. Ähm, der hat schon mal ein gutes Secret. Whip, der geht aber weg. Ähm, ich weiß nicht. Hat der, hat der ein Schwert? Oh mein Gott, nein. Fakt, das ist unser Safe-Tot. Unser Safe-Tot, ja. Ja, okay, Leute, jetzt müssen wir wegrennen. Der ist einfach, der gibt uns die Hits. Okay, bitte seh uns nicht. Bitte. Oh, der hat ein Dier-Harnisch. Zum Glück ist er nicht runtergekommen. Ähm, das wäre natürlich ein bisschen belastend gewesen. Okay, da kommt auch keiner. Und wir recken auch gerade einigermaßen anständig. Und ja. Es kann sein, dass ich ein bisschen müde aussehe. Ich habe jetzt die ganze Zeit Musik gelernt. Musik, ja, das ist entweder Musik so ein einfaches Fachjungen. Es ist das größte, schwachsinnige Thema auf Erden. Opern. Wir haben drei Stunden in der Schule eine Oper angehört. Drei Stunden. Oder waren es vier? Drei oder vier Stunden. Eine Oper. Oh, das ist die, wie langweilig. Oh, da, ich habe gerade, ich höre ihn einfach essen, denn mir so, ich bin gerade nicht an ihm vorbeigelaufen, oder? Es ist einfach so langweilig, eine Oper zu hören. Und ich weiß nicht, ob er, das ist der von vorhin, der Gute. Komm, jetzt gehen wir mal hinterher. Vielleicht können wir es jetzt schaffen. Das wäre fresh. Oh mein Gott, da kommt ja noch einer. Nein, 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 nein. Nein, 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 geh weg. Oh mein Gott. Haben wir einen Pfeil? Ne, wir haben keine Pfeile. Pfeile wären jetzt geil. Oh, er schießt, er schießt. Ah, ne, den Pfeil bekommen wir nicht, schade. Schade, schade, Pfeile wären jetzt richtig geil. Und er ist tot. Er ist tot. Oh, Pfeile. Die habe ich vorhin gebraucht. Weil der ist jetzt tot. Und die sind alle richtig gut equipt. Ich kann die ganze Zeit nur wegrennen, weil ich einfach mit dem Holzschwert fast keine Chance habe. Nur gucken, was er für ein Quip hat. Wir gehen nicht drauf. Oder gehen wir drauf? Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Ja. Ja, er hat uns nicht gesehen. Der ist low. Leute, der ist so low. Ja, okay, so low ist er jetzt auch nicht. Also ich labere mal wieder. Richtig toll. Schluss dahin. Ähm. Ich weiß nicht. Jetbun? Okay. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir den, ob wir den easy schlagen können. Der sneakt da. Der hat auch nur ein Holzschwert, wenn wir den noch vom Damage töten könnten. Das wäre richtig nice. Dann haben wir nämlich noch einen Dia und, ähm, Dia Hanisch, genau. Und haben noch TNT, was uns sehr hilft. Weil jetzt hier, ihr seht, die sind alle full. Dia auch. Ich bin gespannt, ob die Tee machen. Der hat auf jeden Fall heftig kassiert. Nee, die machen kein Team. Nice. Warte, wen habe ich denn gerade angehittet? Den oder den? Die haben doch den gleichen Skin, oder? Kämpfen die oder kämpfen die nicht? Doch, die kämpfen. Puh, das ist intens, du. Das ist really intens. Das ist scheiße. Wenn du keine Rüstung hast, aber dafür ein Steinschwert und restliches Zeug. Und dann hast du da so einen, den du aber Bow spam kannst. Was ich jetzt aber nicht mache, weil ich Angst habe, dass hinter uns einer kommt. Deswegen suche ich einfach nochmal ein bisschen bessere Rüstung. Oder ich suche mir einen, der nur Gold hat. Oder einen, den wir von hinten abstauben können. Oder so einen. Der sein Goldhahnisch wegwirft. Das ist natürlich auch eine Option. Was? Nein, das haben wir gerade nicht gemacht. Also, wie viel Lack kann man denn noch haben, als wir wirklich? Also. Jetzt aber schnell weg, jetzt aber schnell weg, jetzt aber schnell weg, jetzt aber ganz schnell weg. Und ganz kurz ausrüsten. So, okay. Das war jetzt gerade really lucky, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt wirklich gedacht, wir sterben. Aber, ging ja nochmal gut, ne? Okay, ich habe Angst, dass wir abbestaubt werden. So wie von ihm. Das habe ich gemeint. Oh, hinter uns auch einer. Jetzt geht es aber hier gerade ab. Jetzt geht aber jeder hinter jeden her. Das meine ich, guck mal, man wird nur abgestaubt. Er verfolgt mich. Er wird angegriffen. Ich verfolge. Okay. Nicht so viel reden, Boris, das ist nicht gut. Neu, jetzt hat es aber, jetzt hat es bei mir gerade heftig geleckt mit dem Internet. Der war ja plötzlich irgendwie, weiß ich es nicht, irgendwie da. Aber ich habe eine Idee. Ja, es leckt doch gerade bei mir, oder? Ja, es leckt Heft. Moment, 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 Moment. Das kann nicht sein. Schon eine schöne Runde und ich bin mit dem Trauerdatter. Ja, ich würde sagen, als letztes Mal spielen wir mal das zwei. Dann wäre ich auch schon die Aufnahme. Ich hoffe, wir bekommen ein Schwert. Nice. Und zwölf Pfeile. Und ihr wisst, wie wertvoll ein Bogen und Pfeile am Anfang sind. Das kann einem richtig das Leben retten. Und warum geht hier keiner hin? Das verstehe ich auch nicht. Wir lassen einfach mal das restliche Zeug drin. Wir nehmen jetzt einfach nur das raus, was wir brauchen. Da war noch ein Helm drin. Genau, das passt. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sind sehr, sehr gut ausgerüstet. Und gehen jetzt einfach mal auf die Spieler drauf. Zum Beispiel ihr hier. Nebelspasti. Wir holen uns einfach beide, komm. Einer. Dann holen wir uns alle drei. Du wolltest Stress. Du kannst deinen Stress haben. Geil. Okay. Ähm, dann noch der dritte. Der ist da hinten. Den probiere ich irgendwie auch noch zu willkommen. Das wär nice. So. Oh, der willkommen gleich alle. Also, das wär ja mega. Ne, okay. Der ist gestorben. Ähm, er hat aber jetzt nicht so. Ja, klar kann er recken. Er hat einen Bogen. Ich hab auch einen Bogen. Er kassiert aber auch sehr gut mit dem Bogen. Ähm, ich hoffe jetzt bloß, er geht nicht auf mich, der andere. Das wär scheiße. Aber wir haben auch TNT, um den anderen abzuwenden, falls er hinter mir herkommt. So. So wie ich das jetzt hier gerade befürchten muss. Kommt der auch? Ja. Oh mein Gott. Oh, der hat aber gerade gut gegeben. Ähm, TNT mach ich mal auf das. So, warte mal. Ah, fahrschade. Ich hätte gedacht, vielleicht läuft dieser Razor noch rein. Ähm, hätte man vielleicht noch den Kill bekommen können. Ist es schlimm. Noch zwei andere Spieler leben. Ich würd sagen, ich geh mal auf den anderen. Der andere scheint auch gut Equip zu sein. Mal gucken, was der so viel Equip hat. Wir sind noch nicht voll. Aber wir haben noch den TNT und wir haben einen Bogen. Und der hat nur Gold. Passt. Perfekt. Perfekt, Leute. Nein, ach komm. Oh. Oh. Oh, oh. Einen guten Ping hat er auf jeden Fall. Bitte die groß. Nein. Ich hab's euch gesagt. Diese Arena, ich hasse sie so heftig. Die ist so hässlich. Wirklich ist die. Guckt sie euch an. Er ist jetzt in der Mitte. Er greift mich an. Dann probiert er abzustorben. Greif ich ihn an. Probiert er mich abzustorben. Greift er mich an. Ne, greif ich ihn an. Probiert ihr ihn abzustorben. Das ist, das ist auf dieser Arena einfach scheiße. Das mein Ziel ist es auch erstmal. Die hier kämpfen. Und dann drauf gehen. Ja, aber nicht, wenn beide jetzt schon wieder auf den Bogen. Also, ich versage gerade richtig. Also, ich treffe gerade null. Wirklich null. Und das meine ich jetzt. Der eine probiert jetzt mich oder den anderen abzustorben. Aber der ist richtig gut. Ja, ich geh weg. Ich geh weg. Sehen wir mal schreiben? Macht ihr mal. Macht ihr mal. Ich schaue zu. Nein, machst du nicht fair? Ich geb ihm sogar extra noch ein Brusthahn. Nein. Nö. Machst du nicht. Oh Gott. Wieso mach ich das? Ja, es war eigentlich klar. Wieso mach ich das überhaupt? Wir haben gerade nicht. Ach komm. Bitte fair. Bitte fair. Bitte mach doch fair. Sei doch so nett. Sei bitte so nett. Sei doch so nett, Mann. Ja gut. Habe ich gesagt, dass ich das Deathmatch noch gewinne? Ganz ehrlich, Leute. Ich hätte es nicht gedacht. Tja, vor allem. Warum werfe ich ihm eine Eisenbrust hin? Und verlange, dass sie fair machen? Das kann ich ja selber nicht verlangen. Also, ja. Meine Logik mal wieder. Auf jeden Fall nice, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sagen, wir sind beim nächsten Mal. Haut rein. Und jo. Tschüss. Tschüss.